Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Update-Video zu Cattle & Crops. Am 17.8. haben Masterbrainbytes einen kleinen Screenshot veröffentlicht auf der Tech-Demo-Map. Und jetzt könnt ihr sehen, dass schon angekündigt ist ja die Glasquadrant da schon gewesen, hier allerdings noch mit Platzhaltern für die Reifen, noch ohne großartige Textur oder Beschriftungen und die Strohballen sind lila Quader. Da haben sie am 24.8. direkt noch einen nachgeschoben. Moment, muss ich auch umklicken. Und das sieht das Ganze schon etwas detailreicher aus. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier Stück für Stück durch. Wir fangen hier oben an. Zu sehen ist ein Joskin Vago als Zweiachs-Ausführung mit Drehschimmel. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Der hat ein Transportgewicht von 8 bis 20 Tonnen, also je nach Ausführung. Den gibt es auch noch mit drei Rädern, also drei Achsen, hat er dann hinten eine Doppelachse. Da schafft er dann wahrscheinlich wirklich die 20 Tonnen. Hier nebenan ist der Arion mit dem Frontlader und einem Ballenspieß zu sehen. Ich habe also Pressel und Lade sind ja die Hersteller für die Silo-Zange. Und da habe ich jetzt mal geschaut und die haben einen Ballenspieß, aber der sieht nicht ganz so aus. Müssen wir also schauen von wem der ist, aber ich denke schon Pressel und Lade wird es ja quasi stellen, das Gerät. Und weiter geht es dann natürlich hier mit dem Highlight. Ihr seht hier schon die ersten Strohschwaden. Ob die so, wie sie jetzt dargestellt sind, tatsächlich Final sind, werden wir sehen, aber ich finde, es sieht schon echt gut aus. Hier hat der Fahrer einen kleinen Knick reingefahren. Aus dem Tucano sieht man, dass das noch nicht rausläuft, was hinten rausgekippt wird, aber das wird höchstwahrscheinlich noch kommen. Ja, und jetzt natürlich zu dem Highlight, wo wahrscheinlich die meisten drauf warten werden. Die Quadrant 3200 FC. FC steht in dem Zusammenhang für Fine Cut. Das heißt, da werden, ich glaube, bis zu 52... 51 Messer schneiden dort das Stroh klein, was dann im Endergebnis in Real zur Folge hat, dass die Strohhalmlänge nicht über 20 Millimeter ist. Genau. Was gibt es da noch zu sagen? Die Reifen habe ich im Internet geschaut. Die sind bei Klaas nicht ganz so grobstollig, aber ich glaube, die kann man auch mit anderen Reifen noch ausrüsten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da später auch die Möglichkeit bestehen wird, andere Reifen drauf zu machen. Wie ja auch bei den Schleppern geplant ist das ja, das wisst ihr ja. Dann hat die Quadrant eine gelenkte zweite Achse. Das heißt, bei engen Kurvenfahrten geht die halt mit rein, die Lenkung, was dann ermöglicht, dass der Wenderadius nicht ganz so groß ist. Die hat die Zulassung bis 60 kmh auf der Straße und benötigt allerdings um die 250 PS von Schlepper, um wirklich effektiv zu arbeiten. Und dann sehen wir hier, das nächste Highlight, wie ich finde, ist der Strohballen. Sieht klasse aus, wie ich finde. Hier die einzelnen Halme durchschauen. Und wenn die ganze jetzt noch, aktuell ist ja nur hier ein bisschen Schmutz. Und ich glaube, das sieht dann richtig gut aus, wenn die eine Weile im Gebrauch war und auch verstaubt und dreckig aussieht. Ja, wir können uns freuen auf das Update, was irgendwann im September kommt. Mal sehen, ob alles gut läuft und vielleicht schon Mitte September, also in knapp drei Wochen, ja, gepresst werden kann. Wie verrückt. Das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt oder mehr wisst über die Maschinengeräte, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.